Weihnachten bei den Wendlers, und da geht es in Florida heiß her. Ehefrau und Influencerin Laura Müller gibt sich ganz Hausfrau und kocht eine Hühnersuppe. Aber bitte ohne Gemüse drin. Denn das mögen der Wendler und seine Gattin nicht. Außerdem gab es ganz bodenständig Kartoffelsalat mit Würstchen samt Schokopudding mit Vanillesoße. Mit viel Bling-Bling auf dem feierlich gedeckten Tisch wollen die beiden in Ruhe Weihnachten feiern. Ansonsten natürlich Geschenkewahnsinn in beide Richtungen. Weil der Wendler sich in den letzten Wochen mit seinen Corona-Verschwörungstheorien ins Aus geschossen hat und auch Laura daraufhin einen Karriereknick hat verzeichnen müssen, wollen die beiden sich auch auf gar keine Diskussion auf ihren Social-Media-Kanälen einlassen. Die Kommentarfunktion hat Laura auf Instagram ausgeschaltet. Schließlich will sie sich die heile Weihnachtswelt ja nicht mit ein paar echten Kommentaren zur Wendler-Krise vermiesen lassen. Wir sind BILD und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Schöne! Musik 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 Musik